Hallo Leute, wir sind wieder bei einem weiteren Gastreplay hier bei mir auf dem Kanal, euer Steve Austin und wir sehen heute den Kettenkai in seinem Kronvill auf Minen. Ihr seht, es ist ein Begegnungsgefecht. Fahren ja nicht viele, viele stellen ja, oder bin ich jetzt einfach mal der Meinung. Ich persönlich habe es auf Angriff, Verteidigung aus und Begegnungsgefecht, das nur Standard drin ist. Und Begegnungsgefecht, ihr seht es auf Minen, habt ihr den Cap-Kreis in der Stadt rechts und zwei Spawnpunkte. Es ist eine Sechserrunde und schauen wir mal an, wie es gelaufen ist. Okay, der Kai wartet wieder ab. Erstmal, wie sich sein Team verteilt. Fährt dann über die rechte Seite. Keine Art im Spiel. Kommt schon der erste Gegner in, A43. Fährt sich. Einige sind in der Mitte und rechts bei der Stadt. Man sieht, unsere Leute stellen sich schon in den Cap. Ich hoffe, es soll einfach nur Druck ausüben auf den Gegner. 12 zu 14. Was haben wir hier? Chinookai und den A43. Genau, um ihn rum und weg damit. Jetzt der A43. Richtig so. Und nächsten, die Matilda. Wieso sie jetzt mit HE geschossen hat, weiß ich zwar nicht, aber naja. Natürlich sehr gut. Wir können den Gegner jetzt von der Seite flankieren. Einmal ein Blindshot in die TD-Position. Su 100 Y. Oh Gott. Und da wollen wir mal hoffen, dass das jetzt nicht irgendwie böse ändert. Da ist die Stock. Oh ja. Geh zu, dass du's gern anlaufen würdest. Bewegt dich. Scheiße. Ach, schade. Turm repariert. Okay. Wo ist die Sue? Genau. Einfach mal den anderen vorfahren lassen. Da ist sie. Guckt auch hier hin. Aber Stein im Weg ist gut. Jetzt kriegt sie's auch noch von, vom Berg. Hat geschossen. Und raus damit. So, jetzt kann er ja endlich entspannt schön von hinten rein flanken. Mal gucken, was der gute Kai da macht. Er geht voll rein. Stage Diving. Mal gucken. Du wirst keine schöne Leiste. Oh, der M5 mit Gold. Und man sieht, wie genau der Krommel in der Fahrt ist. So, der ist raus. Ist der Krommel. Ah, fuck. Reparaturkit schon weg. Sechs Sekunden dumm rumstehen. Weiß jetzt nicht, ob der gute Kai Reparatur auf 100 hat. Und komm, das ist auch noch dein Erk. Oh, dir den Ui. Und komm, das ist auch noch dein Erk. Dadurch, dass er taktisch von der Seite durchgebrochen ist. Wer weiß, wie es sonst ausgegangen wäre. 2004 Schaden, 8 Kills mit dem Krommel. Nette Runde gewesen. Hoffe, euch hat's auch gefallen. Wenn ja, gebt uns gerne ein Däumchen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt's in die Comments. Und viel Erfolg auf dem Schlachtfeld.